und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt hier serious sam double xxl double d xxl jetzt hätte ich fast noch das ganze versaut hier und zwar ja das spiel an sich ist glaub ich schon ein bisschen länger raus aber ich habe mal gedacht wieso nicht der mauszeiger fangen wir doch einfach mal an dass ich ganz viel zu spielen starte ein neues spiel machen wir einfach mal jawohl die farbe deines fadenkreuz verrät wie viel gesundheit der gegner noch hat grün bedeutet erst noch ja wenn du okay wir sehen einfach nur die fetten knarren das reicht uns jetzt erst mal wir zocken heißt in form von mir blues bell und ach so linke maustaste um fortzufahren ja barm junge alles klar mit a und d kann ich mich bewegen okay und mit der maus kann ich meine waffe steuern okay wir haben also nett nicht muni okay oh gott linke maustaste feuer deine waffe ja aber das kann ich nicht abschließen das wird so eine art west oder so sein okay was auch immer ich kräftig ich weiß ich weiß klar will zu springen halte lehrer gedrückt um höher zu springen okay was ist das hier ach so ja dann nehme ich nicht mehr auf geil shotgun linke monsters um vorzufahren schroth flitte yeah fuck scheiße boah Das hört sich ja an wie so eine Piff Puff. Oh nein, da ist was zum aufsammeln. Egal, was ist das denn? Schön in die Phrase erstmal jumpen. Aber wir haben gar nicht gerade von dem Schaden bekommen. Okay, wie kann ich den Waffen wechseln? Ach so, mit dem Ausrad. Okay. Aha, okay. Ja, ich will erstmal bei der Schrotze hierbleiben. Was ist denn da unten? Ja. Läuft bei dir. Ah, lol. Wofür sind die Dinger? Und das Ding geht doch bestimmt wieder zu, oder? Boah, was ist das denn hier? Einfach draufballern. Ach so. Loy. Hier konnte ich speichern, oder was? Okay. Nein. Da oben ist nur so ein Westending oder was auch immer das ist. Yo. Bam, Junge. Bam, Junge. Irgendwas eingesammelt. Keine Ahnung was. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen im Spiel zurechtfinden. Okay, also die kann ich jetzt hier... Wie krieg ich denn das Teil da oben? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Kann man die Dinger so irgendwie so abschießen? Ne. Loy. Springt der hier direkt erstmal. Ne. Ich kann nur diese grauen Steine ohne jumpen. Okay. Loy, ey. Okay, er zum Speichern. Hab ich jetzt, oder was? Hab ich jetzt gespeichert? Hallo? Yo. Scheint so. Okay, dann gehen wir... Oh Gott! Bam, Junge! Bam, nein! Ah, 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 ah! Alles klar. Jetzt haben wir das Ding hier nochmal auf. Loy. Okay, ich hab mal noch full life. Hatte ich so... Ah, ich hatte so eine Panzer... Die Panzerung ist was der? Genau, die hab ich jetzt aufgebaut. Okay. Was ist das? Schrotflintenmunition plus... Ah, okay. Die hat also nicht schon endlich Schuss, oder was? Okay. Alter. Tod, Alter! Scheiße! Alles klar. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Bam, Junge! Kahn hier. Ah, okay. Ja, speichert der es dann automatisch, oder was? Ich glaub schon, ja. Okay. Hier muss ich wahrscheinlich... Was hab ich jetzt davon? Ah, okay. Ach, du Kacke. Ah, ey. Ich muss mich auf, das ist ein Kiefern hier, Riden. Oh, Kacke. Tod. Alles klar. Okay. Oh, Gott. Oh, shit. Oh, ich bin tot. Ja, die haben mich gekriegt. Scheiße. Okay, da muss ich jetzt hier mal... Das ist jetzt hier nicht nur reines Jump'n'Run hier. Also, was heißt reines Jump'n'Run? Also, du musst hier schon ein bisschen nachdenken. Kann man sich hier auch crouchen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nein! Okay, da kommt dann so eine Brücke rausgefahren. Okay, okay, okay. Bah, Junge! Okay, die können wir nicht mehr aufnehmen, weil wir haben schon zu viel davon. Okay, das hat er jetzt gespeichert. Hier muss ich wo runterfliegen. Alter. Okay, hier rüber. Okay, okay, okay. Zack, 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 hier. Wow, wow, wow. Hier kommt schon... Irgendein kranker Scheiß gleich. Oh, Gott! Was das für ein... Verrückter Scheiß hier. Verpisst euch hier, Scheißviecher. Okay, hier sollte ich mal vielleicht ein bisschen die... Schrotze nehmen. Bam! Ist der erst mal gestorben, der Penner. Jawoll, ey. Bam! Ist der erst mal explodiert. Alles klar, ey! Alles klar, ey. Alter! Was ist das denn für Affen hier, ey? Bam, Junge! Frisst das hier von meiner Schrotze, Junge! Bam, der Fett zerfetzt er in tausend Teile! Ja, da komme ich doch nie im Leben dran. Bam! Bam! Bierne weggeschossen, ey. Voll wegge... ... ... ... ... ... ... 50% Munition ergänzt. Alter, was ist das denn hier für eine Kiste? Ey, verpisst dich mit deinem Sch... Oh, Kacke! Boah! Bam, Junge! Ist der Affe da voll zerfetzt. Ach, Kacke! Ich dachte, da wäre voll der gute Stuff drin. Oh, ey. Boah! Scheiße! Boah! Ey, krass! Alter! Erstmal hier voll klarkommen auf dieses Spiel hier. Fick dich, du Scheiß-Affe! Ah! Explodiere, jawoll, ey! War richtig sinnfrei, dass die einfach explodieren. Warum explodieren die einfach? Egal. Ich finde es auf jeden Fall cool. Oh Gott. Alter, die haben keine Köpfe mehr. Simpson-Mord-Antäter! Boah! Alles explodiert, ey! Krasser Scheiß, ey! Das ist ja wieder ein Spiel für mich, ey! Naaaaaah! Brrrr! Du, der zerfetzt der Typ hier erstmal direkt. Nein! Oh Gott! Boah! Scheiße! Oh, fast gestorben. Oh, da habe ich auch nicht was abgekriegt. Die kommen aber auch einfach aus dem Nichts, ey! Ey, das ist schon echt krass. Kann man hier nicht rennen? Kann echt nur so laufen hier? Vitamin-Gesundheit hat mir nicht hier noch irgendwo, wenn man hier mal zurückgeht. Genau, ein bisschen... Oh, neu! Ah, hier kann man jumpen. An Polo-Verjüngerungs-Affektion. What? Ey, woher kommen die Scheiß-Affen wieder? Woher kommen die Scheiß-Affen wieder? Boah! Alter, explodiert hier direkt alles wieder. Boah, Junge! Warum kommen die Affen wieder, ey? Scheiße! Wir müssen ja aber hier mal weiter, ey. Ich muss erst mal trinken, das ist ja... Ein kranker Scheiß hier, ey. Okay, laufen wir erst mal weiter. Ich wechsle mal auf Schrotze hier erst mal wieder. Wer weiß, was da noch für kranke Typen gleich kommen. MBG? Okay, irgendeine Herausforderung gerade hier freigeschaltet. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird gleich irgendwas richtig Krankes auf uns zukommen. Einmal, wenn dieses... Schick... Macht dann... Alter, neue Wumme. Tommy Gun! Ja! Testen wir doch den Scheiß erst mal. Da kommt doch was! Ja! 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 Alter, Scheiße! Oh Gott! Ich verwechsel mal, Gott! Ja, das war's doch, ey! Was ist das denn für eine Scheiße? Alter! Oh Gott! Jumpen! Schießen! Boah! Alter Schwede! Alter Schwede hier! kranker Scheiß, ey! Das ist echt kranker Scheiß, ehrlich! Was heißt das hier für ein Spiel? Das ist krank, ey! Einfach rumballern, am schlimmsten finde ich diese... Ja, diese Maussteuerung habe ich mir noch ein bisschen angewöhnen. Boah, Gott, sag mal, warum kann ich die nicht noch? Ja, Tommy Gun ist zwar... Ja, Tommy Gun ist, äh... Ganz nice, aber... Kann ich das... Okay, kann ich nicht zerstören. Nee, ich will erst mal... Ah, gute Frage! Gehen wir erst mal da oben... Huch! Huuuuh! Was soll denn der Scheiß hier? Heute, ein paar auf die Fresse, oder... Oh Gott! Alter, ey, da... Ach, wir wollten doch safen hier oben. Jetzt dritte Worte hier, Alter, ist auch nicht gerade cool, aber... Das Spiel zerfrisst ja einen richtig. Ich hab so schiss, hier jedes Mal zu sterben. Echt aufpassen hier. Jetzt die Frage, hier oben oder hier unten, Alter? Was ist das denn? Ha! Das versteckte, nutzlose Maschine gefunden. Richtig gut, ey. Oh, geil, ey. Hey, ich hab das Kost gefunden. Ja, was denn? Versteckte, nutzlose Maschine. Oh, wow. Dieses Ding muss ich mich hier noch ein bisschen gewöhnen, hier. Dieses, ähm... Rechts drücken zum... Oh Gott, wer ist er? Er ist der Endgegner, oder was? Ah! Okay, er ist Händler. Ja! Tell Maxilla, I said hello, but tell him with this. Ach, 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 ach. Alter, was ist das denn? Luftpolster, drücke Luft nach unten, während du fällst. Du kannst lange abwärts gleiten, wenn du Feuer hast. Alles klar. Ey, ich weiß ja nicht, wie viel Kohle ich habe. Es ist nicht genügend Geld, alles klar. Achso. Achso, Sam's Bargeld. Ja, nimm mal so ein Ding. Ach, das sind so... Ah, okay. Baaaaaargh! Öff, Feinster! Okay. Es geht so. Diese kranke Musik, echt, kann man das machen? Guck mal, müssen wir gar nicht so. Hätte ich ja die... Aber gut, dass wir die ganze Zeit jetzt... Von der Tommy Gun hier die... Statt, schieß dich! Aaaaaaah! Uuuuuh! Was ist das denn für ein krankes Scheißding? Waffen-Stapel-System? Verbinde oder drinnen Waffen jederzeit durchziehen und ablegen? Diese Musik gehört so, ey. Vorher so voll so... Jaaaaaaah! Und jetzt... Ja, ich glaube, das will ich aber nicht. Ich finde noch mehr Koppel- und Waffen-versteckte-Bereiche und noch größere Stapel zu machen. Ah, man kann kaum abgehen. Jederzeit. Tommy Gun. Krass, ich kann die Tommy Gun damit verbinden, oder was? Ach, als ob! Nein! Nee, ihr habt doch jetzt... Ja, ich hab die... Waffen-Stapel-Verbinder 2! Okay. Und was kann ich damit jetzt noch machen? Okay, jetzt gar nichts, oder wie? Äh... Verfügbare Kupplung... Ja, ich... Kann's ja mit nichts anderem kombinieren, gerade eben. Oh, ne... Oh, shit, ey! Jo, jo! Bam, 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 bam! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße! Heilige Mutter Gottes! Oh Gott! Ich bin gleich tot! Alcaramba, was ein kranker Shit! Alter Schwede, ey! Das ist wirklich kranker Shit! Hat das Level eigentlich irgendwo dann nochmal... Oh! Ende... Oh! Riesenherz! Ja, alles klar! Waffenstapel... Ne, wir haben jetzt hier... Äh... Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Das ist Totten! Boah! Schießt ja erstmal so fette Raketen! Alles klar, ey! Jaaa, da kommt so ein fetter Affe noch raus! Ey, warum kann ich nicht springen mit der Knarre? Alter! Ey, ey, ey! Kacke! Ja, genau! Du bist tot! Oh! Wut, 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 wut! Das ist doch krank! Wie soll man denn das denn schaffen? Ach du Scheiße! Ja, und bevor es hier jetzt weiter geht, verabschiede ich mich für diese Folge! Und sage... Bis zum nächsten Mal! Weiß ich nicht! Bis zum nächsten Mal! Mal schauen! Ich glaube, eine Folge werden wir schon noch mindestens machen! Ist das ein kranker Scheiß! Alles klar! Bis dahin, haut rein! Ciao!